Hallo ihr Menschen, es ist Montagabend bzw. Dienstagmorgen eigentlich eher schon, ja. Ich hab Spätschicht, deswegen bin ich um diese Uhrzeit noch wach. Ich habe gerade die neue Folge von Game of Thrones geguckt, äh geguckt. Und, äh ja, da realisiert man, dass man nur noch eine Folge vor sich hat und dann müssen wir ganze zwei Jahre warten. Ja gut, wie soll ich das überleben? Kann mir das wer verraten? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, die wollen mich einfach ärgern so richtig. Ich weiß nicht. Ich meine, klar, warten auf eine Serie ist normal, aber zwei Jahre? Was? Bitte? Das kann nur grausam werden, absolut. Aber ich hab jetzt gestern, glaube gestern, oder mittlerweile vorgestern, stimmt, weil ich einfach keine dicken Bücher lesen kann, so wirklich. Ähm, deswegen hör ich mir das Hörbuch von Game of Thrones an und da hab ich jetzt gerade mit angefangen und dann hab ich wenigstens in der Hinsicht noch was Game of Thrones-artiges vor mir und da hab ich bestimmt noch ein bisschen damit zu tun. Ja, ich hab ja nur eine Viertagewoche, deswegen ist diese Woche nicht ganz so schlimm. Und, ja, theoretisch will ich morgen, also heute, zum Sport gehen, nach der Spätschicht direkt. Ob ich das hinkriege, weiß ich noch nicht, aber mal schauen. Hallo, ihr Menschen. Es ist Freitag und ich hab heute frei. Schönerweise. Ich hab mir gestern die Haare nachgefärbt. Und ich muss überlegen, ob ich vielleicht den Übergang noch ein bisschen besser hinkriege. Und, ja, jetzt ist es gleich zehn und ich geh gleich zum Sport. Und ich bin nicht motiviert, aber das ist okay. Ich bin nicht motiviert, aber ich bin nicht motiviert. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018